Alain Alexander Escapita ist ein belizischer Schauspieler. Er ist seit dem Jahr 2000 als Schauspieler aktiv und war bislang in mehr als 30 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Filmografie Filme 2000 The Player's God 2002 High Crimes auf höchstem Befehl 2005 Show & Tell 2005 American Gun 2006 The Substance of Things Hooped for 2006 Sie waren Helden 2007 Das Zehn Gebote Movie 2009 The Boys 2009 Freitag der 13 2010 Privileged 2010 Braahut die Bruderschaft des Todes 2011 Midnight Sun Brut der Nacht 2011 Final Destination 5 2014 Frenzy 2014 Storm Hunters Serien 2000 Boston Public 2001 2005 Für alle Fälle Amy 2002 The Shield Gesetz der Gewalt 2002 Boomtown 2002 2005 American Dreams 2005 Emergency Room Die Notaufnahme 2005 Cold Case Kein Opfer ist je vergessen 2006 Eine himmlische Familie 2007 Without a Trace Spurlos verschwunden 2007 Law & Order Special Victims Unit 2009 Mental 2011 The Secret Circle 2011 Navy CIS L.A.R. 2012 Dr. House 2012 The Client List Jahrhoya Die Notaufnahme 2011 Cheat 2015 Vielen Dank.